Barrierefrei aufgerollt Kurz, kompakt und leicht verständlich Herzlich Willkommen zu Barrierefrei aufgerollt Der Radiosendung von Bizeps Zentrum für selbstbestimmtes Leben Hallo, sagt Katharina Müllebner Umweltkatastrophen wie Waldbrände, Überschwemmungen oder das Phänomen extremer Temperaturschwankungen Schon jetzt spüren wir die Auswirkungen des Klimawandels Es ist anzunehmen, dass wenn wir nicht schnell handeln schwerwiegende Umweltprobleme zunehmen werden die Lebensbedingungen auf der Erde und somit die Lebensqualität und Sicherheit der Menschen extrem beeinträchtigt werden Somit wird die Klimafrage für uns alle zur Überlebensfrage In dieser Sendung sprechen wir daher mit der deutsch-französischen Umweltaktivistin Cécile Compte Warum Protestieren heutzutage eine absolute Notwendigkeit ist und wie die Aktivistin zu dem Spitznamen Das Eichhörnchen gekommen ist Dazu jetzt mehr Wann und warum haben Sie eigentlich begonnen sich für das Klima oder auch für Atomkraft zu engagieren? Also ich engagiere mich gegen die Atomkraft Ich habe angefangen als Jugendliche Ich habe Wirtschaft studiert und da stellte sich die Frage Wie gewachst du? Ist das überhaupt möglich? Und unsere Ressourcen sind ja endlich Und dadurch ist mir einfach bewusst geworden Das kann nicht so weitergehen mit Wachsen, Wachsen, Wachsen Wir können zwar vielleicht zwischenmenschlich wachsen Beziehungen wachsen lassen Aber wir können nicht weiter die Ressourcen verbrennen Und in die Luft geben Und deswegen habe ich bei meinem Studium damals die Gruppe Cécile kennengelernt Das heißt Also das ist so Öko-alternative Gruppe Und wir haben so Straßentheater ganz viel gemacht Und damals waren wir ein bisschen wie die Spitzis da Weil also haha die Ökos Also wir waren gar nicht Also sich für das Klima zu engagieren Das war nicht so wie in aller Munde wie heute Weil die Auswirkungen der Klimakatastrophe noch nicht so spürbar waren Und wie jetzt langsam sie werden Könnten Sie den Namen dieser Gruppe Weil der Französisch ist Und sehr viele unserer Zuhörer können nicht Französisch Könnten Sie den sinngemäß übersetzen? Ja, schisch Das bedeutet sowas wie Die Wette läuft Das ist umgangssprachlich Das kann man nicht so wörtlich übersetzen Und das Motto war Tu crois que tu vas changer le monde Et bien schisch Also du glaubst Du kannst die Welt verändern Und schisch ist jo Ja, die Wette läuft Machen wir Also das war eher so Ja, Politik kann auch Spaß machen Mit schönen Aktionen Aber es ist auch eine ernste Geschichte Weil es eben um unsere Lebensgrundlage geht Bei dem Klima Also so aller Lasst uns wetten Dass wir die Welt verändern können Könnte man das so versetzen? Ja, genau Sie sind ja jetzt schon eine Langjährig erfahrene Aktivistin Können Sie uns Laien quasi erklären Wie so eine Aktion aussehen muss Damit sie so richtig effektiv ist? Es gibt sehr unterschiedliche Aktionsformen Es gibt natürlich die klassische Demonstrationen Die glaube ich alle kennen Meine Spezialität, sage ich mal Ist Kletteraktivismus Also wie man Banner zwischen Bäumen an Gebäuden aufhängt Um Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken Oder Sand im Getriebe vom Gegner sein Also im Sinne von Ich behindere Keine Ahnung Das Verbrennen von Kohle Oder Der Transport von Atommüll Also in Deutschland haben wir leider noch Ganz viel mit Atommüll zu tun Und Deswegen habe ich zum Beispiel mal Seil über der Schiene gespannt Zwischen zwei Bäumen Und mich dann abgeseilt Als der Transport angehalten wurde Von der Polizei Und das kann so bis Acht Stunden dauern So eine Aktion Und deswegen ist es effektiv Und Selbst wenn ich nichts blockieren will Ein Beispiel wäre Wir haben letzten Sommer Eine Aktion in Frankfurt am Main gemacht In Frankfurt West Der Bahnhof hat keine Aufzüge Hat nichts auch für Blinde Also das ist einfach ein Bahnhof Der gar nicht barrierefrei ist Und deswegen haben wir gesagt Okay Wenn die Bahn keine Aufzüge hat Dann bringen wir die eigenen mit Und wir haben Seile an der Fassade geankert Mit Hilfe von Menschen ohne Behinderung Und dann zwei Rollstuhl fahrende Menschen Darunter ich Sind dann hochgeklettert An der Fassade mit den Seilen Und haben einen Banner aufgehangen Und das hat deutlich mehr Aufmerksamkeit Für das Thema Barrierefreiheit Bei der Bahn nach sich gezogen Als hätten wir nur Flyer verteilt Und deswegen ist Aktionsklettern Als Aktionsform effektiv Das hört sich ja gefährlich an Man nennt sie glaube ich auch in der Szene Wenn ich das benutzen darf Das Eichhörnchen Wie sind Sie zu diesem Namen gekommen? Genau Man fragt sich warum eine Französin Eichhörnchen heißt Weil es im Französischen Wer da hier noch Haar gibt Also furchtbar auszusprechen für uns Aber ja Ich wohne in Lüneburg Seit 2015 Ne Oh la la Ja Ich wohne in Lüneburg seit 2005 Und ich hatte mal Meine allererste Gerichtsverhandlung Es ging darum Dass ich in einem Baum geklettert war Mit einem Banner gegen die Atomkraft Und in Lüneburg ist es verboten In Bäume zu klettern Und ich hatte ein Ordnungswidrigkeitsverfahren Das ist ein bisschen so was wie Falschparken Aber im Baum Und die Leute hatten ein Banner geschrieben Freiheit fürs Eichhörnchen Und das ist als Spitzname geblieben Oder Hörnchen Wenn die Leute nicht so lang sagen wollen Wie reagieren denn die Leute Auf diese Klett Auf diese spektakulären Protestaktionen? Also die spektakuläre Aktionen Eben sind ein guter Hingucker Ich sage es immer gerne Das ist die Kunst des politischen Happenings Happening in dem Sinne von Das ist eine Form von einer Kunst Alles an der richtigen Stelle Zum richtigen Zeitpunkt zu machen Wenn ich einen Atomtransport blockieren will Dann muss ich wissen wann er fährt Darf ich den nicht verpassen Oder ich brauche Öffentlichkeit Um meine Botschaft zu vermitteln So was Und wenn das zusammenkommt Dann ist es sehr sehr effektiv Und Ja also für mich ist es eine Möglichkeit Auf jeden Fall Mich politisch Zu äußern Ich habe ja auch eine Behinderung Und sehr lange hatte ich Krücken- und Gehbehinderung Und das war sowieso mitlaufen auf Demonstrationen Für mich sehr anstrengend Deswegen war ich lieber oben in Bäumen Oder auf einem Gebäude mit einem Banner Und inzwischen bin ich Rollstuhlfahrerin Und habe einfach meine Klettertechnik angepasst Und habe nach wie vor eigentlich mehr Spaß Als auf einer Demo Wo man einfach im Rollstuhl sitzt Und dann nur Sag ich mal Das Gesäß der Person vor sich sieht Weil die anderen Leute stehen Also man kriegt viel mehr mit Wenn man da oben ist Das ist Und ich muss sagen Das ist eine Aktionsform Die einfach Spaß macht Und Politik darf auch Spaß machen Selbst wenn es ernst ist Kann es bei solchen Aktionen auch gefährlich werden? Also was haben Sie da schon erlebt? Also das ist ja ein bisschen wie beim Autofahren Du fährst ordentlich ohne Führerschein Und du das gelernt zu haben Wir klettern mit Wir sind ausgebildet Kann jeder auch sich retten Wenn es brenzlig wird oder so Restrisiko gibt es immer Aber anders als zum Beispiel bei der Automkraft Das ist nicht ein Restrisiko Das Millionen von Menschen gefährdet Sondern ich entscheide selbst Und ich würde sagen Wenn du die Straße überquerst Das ist auch ein Restrisiko Beim Klettern Was ich erlebt habe Das Problematischste Vor allem beim Aktionsklettern Politik Ist eher Wie geht die Polizei damit um? Und häufig Zum Beispiel wenn man sich von einer Brücke abseilt Das ist mir schon mal passiert Wenn sie plötzlich mit einem Messer An dem Seil dran ist Ja Das ist nicht schön Oder wenn du noch nicht hochgeklettert bist Aber so auf halber Höhe bist Und noch erreichbar Und sie an den Beinen ziehen Das kann auch zu schweren Verletzungen führen Deswegen habe ich schon mal Situationen erlebt Die gefährlich waren Aber es war in der Regel Aufgrund der Handlung der Polizei Weil wenn man sich sonst gut gesichert hat Und so ist das Risiko nicht größer Als eben andere Alltagshandlungen Sag ich mal Also Sie erleben das Verhalten der Ordnungsbehörden Als nicht so gut Können Sie nicht damit umgehen Mit dem Faktor Dass man Demonstranten Zum Beispiel Wenn sie eine Behinderung haben Nicht einfach so angreifen kann Ich wäre auch bei mir Wenn man mich einfach so anfassen würde Könnte man auch so Was meinen Sie dazu? Ja Also die Polizei Sehe ich als sehr ebullistisch handelnd Das heißt Die Rechte von Menschen mit Behinderung Werden sehr häufig missachtet Es ist vieles unklar Wenn du festgenommen wirst Darf die Assistenz überhaupt mitkommen Ja oder nein Sie ist die Einzige Die deine Erkrankung am besten kennt Und weiß was für dich gefährlich ist Oder nicht Welche Tabletten du brauchst Einem Freundin der auf externe Beatmung angewiesen ist Wurde mal in Gewahrsam genommen Und musste dann ruckachtig doch nach ein paar Stunden freigelassen werden Weil die Batterie vom Beatmungsgerät leer ging Und die Polizei hat die Assistenzperson von ihm getrennt Und dadurch war keiner da Der wusste wie dieses Beatmungsgerät geht Und dann war es saugefährlich für die Person Also solche Situationen passieren Und sonst sind sie psychisch kranke Menschen Die häufiger Opfer von Gewalt sind Von übermässiger Gewalt Die manchmal tödlich endet Weil die Polizei einfach nicht mit Menschen Mit psychischen Erkrankungen umgehen kann Und ich als Aktivistin erlebe, dass häufig bei Ja, ich hatte mal zum Beispiel vor Gericht Ein ziemlich absurder Vorwurf Der sogenannte Rollstuhlprozess Man wurde mir vorgeworfen Widerstand gegen die Polizei geleistet zu haben Indem ich Kraft angewendet habe Durch Einstellen der Rollstuhlbremse Also ich wurde wegen einer Rollstuhlbremse angeklagt Obwohl ich einfach so von der Straße weggetragen worden war Wie alle anderen, die sitzen oder stehen Aber die meinten, der Rollstuhl ist ein Hindernis und Widerstand Ich finde, das ist meine Ersatzbeine und kein Hindernis Das gehört einfach zu mir Und das müssen sie akzeptieren Ich habe auch schon erlebt, dass mein Rollstuhl beschädigt wurde Und das ist ziemlich ärgerlich Weil man darum kämpft bei Krankenkassen Dass man eine Rollstuhl hat Und deswegen haben wir auch mit anderen Aktivistinnen Ein Pool an Rollstuhl für Aktionen organisiert Das heißt, es gibt Rollstuhl, die ausgeliehen werden können Für politische Aktionen Genau und Ja, ich habe auch schon mal Gewalt von der Polizei erlebt Die von mir Dinge wollte, die ich nicht machen kann Zum Beispiel stehen sie auf Ich sitze auf dem Boden Aber ich kann nicht selbstständig aufstehen Wegen meiner Behinderung Ich sage, dass ich schwerbehindert bin Beziehungsweise manchmal wissen, dass sie schon Aber das interessiert sie nicht Und die nehmen dir zum Beispiel die Gelenke Und verbiegen sie Und das ist für mich extrem schmerzhaft Weil ich meine Handgelenke zum Beispiel Gar nicht richtig bewegen kann Wegen meiner Erkrankung Jetzt haben Sie ja schon so viel Schlechtes erlebt Jetzt würden vielleicht manche sagen Wieso riskiert sie so viel Nur für die Umwelt? Wieso? Gute Frage Ich riskiere Naja Ja, wir gehen in die Wand der Klimakatastrophe Und ich möchte nicht schuldig daran sein Ich möchte möglichst dem Gegenden gegensetzen Ich glaube, sonst würde ich mich nicht wohlfühlen Und ich möchte möglichst in Einklang mit meinen Ideen leben Ich habe auch was davon Also es gibt negative Aspekte Aber ich habe zuvor gesagt Politik darf auch Spaß machen Aktionsklettern ist meine Leidenschaft Klettern einfach so Ich klettere, seitdem ich klein bin Und das wird so bleiben Ich gebe Kletterkurse für Menschen mit Behinderung Das macht auch viel Spaß Ja, mein Können weiterzugeben Ich treffe tolle Leute Wir vernetzen uns Bei Aktionen, die ein bisschen pfiffig sind Können wir durchaus Spaß haben Also ich hatte mal eine Aktion gemacht Wir haben uns von einer 140 Meter hohen Brücke abgeseilt Das ist die Moseltalbrücke Weil darunter ein Atomtransport fuhr auf der Schiene Und wir wollten dadurch den stoppen Hat auch geklappt Und juristisch zum Beispiel Es ist interessant Weil es ist in Deutschland Ein bisschen wie Ja, der Luftraum über eine Basanlage Ist nicht geregelt Wenn du dich nicht tief abseilst Und nicht im Weg bist Gibt es kein Gesetz Was dir sagt Dass es nicht geht Und deswegen Da gab es zum Beispiel Gar keinen Prozess dafür Obwohl es eine Aktion Die mehrere Stunden dauerte Das heißt Es ist nicht immer alles negativ Und ich glaube Die tollen Menschen Die mir begegnen Geben mir die Kraft Weiter zu machen Und ich habe das Gefühl Wir haben keine Alternative Die Klimakatastrophe kommt einfach Und wir müssen Ja, alles tun Was wir tun können Um die einfach aufzuhalten Was sind die wichtigsten Dinge Die jetzt sofort angegangen werden müssen Es ist schwierig bei so einem Riesenthema Ich weiß, aber Können Sie einige Beispiele nennen? Also was wir angehen müssen Wir müssen weg von fossilen Energieträgern Oder Rohstoffen Die endlich sind Also darunter zählen Kohle, Gas Aber zum Beispiel auch Uran Wir müssen schrumpfen Wir müssen schrumpfen statt wachsen Wirtschaftlich gesehen Also nicht menschlich gesehen Aber ich will ein Schrumpftum In dem Sinne von Ressourcen mehr teilen Ressourcen sparen Wir brauchen ein System Also nur ein bisschen was machen Reicht nicht Wir müssen anders wirtschaften Lokaler Zum Beispiel Keine Ahnung Dein Gemüse kommt aus der Ecke Es gibt so tausende Sachen Die man machen kann Und ich glaube Es sind viele Dinge Die man persönlich machen kann Zum Beispiel Ich fliege nicht Ich nehme nur den Zug Ich liebe Nachtzüge Zum Glück hat die ÖBB noch welche Weil die Deutsche Bahn hat die gestrichen Aber wichtig ist auch natürlich Auf der politischen Ebene Deswegen sind politische Aktionen notwendig Dass man Druck auf die Entscheidungsträgerinnen macht Dass wenn kein Widerstand von unten Wenn kein Straßenbrot es gibt Dann wird sich oben auch gesetzlich Zum Beispiel nicht groß was verändern Genau Und Ja An Protesten teilnehmen Ist deswegen wichtig Und Was man selber im Kleinen machen kann Ist natürlich auch immer gut Also ich wohne in einer Wohngemeinschaft Zum Beispiel Ja genau Fliege nicht Ja ich versuche es Aber wir haben alle Widersprüche Und das ist auch normal Es soll keine Wie einige sagen Öko-Diktatur Das will ich auch gar nicht Ich will Ja Eine Welt Wo die Entscheidung Nicht weit weg Über die Köpfe der Menschen Entschieden wird Wo wir Ja über Und was uns Betrifft Einfach selbst entscheiden Und ich behaupte nicht die Wahrheit zu haben Lösungen müssen wir gemeinsam suchen Es gibt viele Ansätze schon Aber das ist ein gemeinsamer Prozess Auf jeden Fall Jetzt wurde ja Fridays for Future Zum Beispiel von einer Neurodiversen Also einer autistischen Frau Würde man umgangssprachlich sagen Greta Sandberg Gegründet Glauben Sie aber Dass generell die Klimaszene Zugänglich ist Für Menschen mit Behinderung Erreichen Will sie schon genug Die Klimabewegung wird immer zugänglicher Auch weil Betroffene ihre Rechte einfordern Und vor ein paar Jahren waren die Camps nicht besonders zugänglich Oder du warst auf Selbsthilfe angewiesen Mit zwei, drei Freundinnen Die dir helfen Das irgendwie so zu gestalten Dass du mitmachen kannst Inzwischen gibt es so barrierefreie Zelte Das letzte Mal hatte ich sogar ein eigenes Bett da drin Man konnte da mit dem Rollstuhl reinfahren Es gab ein Ruhespace für so neurodivergente Menschen Das heißt die Camps-Infrastruktur Die Infrastruktur wird besser Inzwischen bei manchen Aktionen wird es auch mitgedacht Dass man zum Beispiel barrierearme Gruppen hat Die auch bei Massenaktionen unterwegs sind Ich mache häufiger Vorträge Wo ich auch erläutere Was vielleicht wichtig ist Und manche Sachen werden auch umgesetzt Zum Beispiel steht auf der Homepage deiner Gruppe Wie zugänglich der Raum Wo ihr euch trefft ist Also gibt es einen Aufzug Wie breit ist die Tür Damit Menschen, die Einschränkungen haben Das einschätzen können Kann sie da teilnehmen Oder wenn du eine Veranstaltung machst Auch was zu Barrierefreiheit Stellst Weil Ob es in einfacher Sprache Ob Ob der Raum zugänglich ist Weil Dann kann ich als behinderte Person entscheiden Ob ich dabei sein kann oder nicht Das ist leider noch nicht überall der Fall Aber Es gibt auf jeden Fall Bemühungen Dass es Ja Besser wird Also Bei vielen Gruppen haben sie so etwas wie Eine Art Anti-Abilismus-AG Also Oder Ja Eine Gruppe Die zu den Themen Der Zugänglichkeit von Protest Arbeitet Ähm Aber man muss schon sagen Dass ich von Betroffenen gekommen Sie haben von Camps geredet Was meinen Sie mit einem Camp Ähm Ich rede von Camp Zum Beispiel Wir waren letzten Ähm Februar in Lützerath Äh Bei den Massenprotesten Gegen die Kohlekraft Und Das ist im Rheinland In Nordrhein-Westfalen Und da gab es ein großes Camp Mit so 5000 Menschen Und Das Camp Das bedeutet Wir haben Zelte da aufgestellt Es gab Küche für alle Ähm Also Infrastruktur Um da mehrere Tage zu nächtigen Und zu Ähm Ja Workshops zu machen Sich zu treffen Aktionen vorzubereiten Und dann sind die Leute Auf Demonstrationen gegangen Haben Kletteraktionen gemacht Wir haben sogar eine Kletteraktion Mit unseren Rollstühlen gemacht Wir haben da so Äh Eine Zufahrt zum Tagebau Äh Blockiert In dem wir uns da mit Unseren Rollstühlen In Seilen Ähm Ähm Befestigt haben Ähm Ein paar Stunden Äh Und das konnte Das war alles möglich Mit diesem Camp Ähm Und auf dem Camp War eben dieses Zelt Ähm Das war Winter Das war sehr viel Matsch Und sehr viel Regen Deswegen haben wir dann Ganz viele Platten Auf dem Boden gelegt Damit die Rollstuhlfahrenden Menschen Da durchkommen Äh Weiter weg Gab es ein paar Zelte Für die Menschen Die Ruhe brauchen Ähm Ähm Ja Es wurde versucht Ähm Auf die Belange Von Menschen mit Behinderung Ähm Einzugehen Ähm Auf jeden Fall Das kann man sehr positiv Bewerten Das ist echt positiv Zu bewerten Ja das finde ich auch Dass es sehr super ist Ähm Viele Leute Denken vielleicht Der Klimaschutz Da muss ich auf was verzichten Wenn ich mich auf Klima Wenn ich mich auf Klima Wenn ich mich auf Klimaschutz bemühe Was entgegnen sie dem? Pfff Ich glaube das ist nicht unbedingt Eine Frage des Verzichts Sondern eine Frage des Wie wollen wir leben Wie können wir leben Und ähm Alternativen können auch Spaß machen Und ähm Teilweise haben wir einfach nur nicht die Wahl Weil wir in die Wand der Klimakatastrophe gehen Also wir müssen teilweise auch unsere Gewohnheiten ändern Das wird Wir werden nicht rumkommen Allein weil das Klima uns daran Äh dazu zwingen wird Wenn du im Sommer die Hitze nicht mehr erträgst Wenn, wenn, wenn Wenn diese Frage Es ist ja natürlich eine Überlebensfrage des Planeten Wieso interessieren sich dann noch immer Sehr viele Leute nicht dafür? Der Mensch ähm Ist leider ein bisschen ein Gewohnheitstier Dass er mag seine Gewohnheiten nicht verändern Dass er verdrängt gerne die Probleme Insbesondere wenn die Probleme Menschen nicht direkt betreffen Nicht, sag ich mal Im eigenen Garten eingeschlagen sind Du hast ähm Wenn du noch keine Überschwemmung Keine ähm Probleme mit der Hitze und so weiter Erlebt hast Und das weiter weg Äh stattfindet Du das nur im Fernsehen siehst Also nicht die gleiche Betroffenheit Ähm Als wenn es dir Persönlich passiert Ähm Ähm Und dann Gibt es Trotzdem noch mächtige Lobby Lobby Die an Der aktuellen Situation einfach verdienen Und äh Ähm Ihre Geschäfte da weiter betreiben können wollen Und äh Deswegen wird sehr viel auch ähm 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 Forciert Ähm Den Eindruck forciert Dass es nicht ohne geht Es geht nicht ohne Gas Also wir bauen gerade neue Gas Terminals Sogenannte LNGs Statt äh Das Geld in die Erneuerbaren Ich las vor zwei Wochen In der Lüneburger Zeitung Der Terminal der bei uns in der Nähe Äh gebaut werden soll Er wird jetzt doch äh Neun Milliarden statt drei Glaub ich äh kosten Tja Die sechs Milliarden da Oder so Die neun sogar Äh Wären viel besser in äh Äh In ähm Ja Barrierefreiheit sowieso Aber in äh Erneuerbaren Energien äh Investiert Ne Das ist auch eine Frage der politischen äh Entscheidungen Und wenn du das System äh In dem du lebst so ist Das ist sehr schwer zu sagen Ne Äh Das will ich nicht Ich äh Wehre mich äh Dagegen Und ähm Und äh Ja und Ja und äh Ja und äh Gucke mal was man für das Klima machen kann Äh Also die Politik äh Lädt uns auch nicht groß dazu ein Sozusagen äh Was gegen das Klima machen Man erfährt das Gefühl Ja das ist immer Pfff Das scheitert immer wieder Ich glaube das gibt auch viele Leute Die einfach resignieren Und sagen naja Ja pfff Wird eh passieren Ich kann eh nichts ändern Ich glaube das ist komplizierter als das Aber das ist vielleicht was viele Menschen denken Hätten Sie Wir sind jetzt schon relativ am Ende Hätten Sie noch eine Botschaft Die Sie gerne loswerden Möchten an alle Klimazweifler An die Politiker Ja wir sehen bereits die ersten Auswirkungen der Klimakatastrophe bei uns Äh weiter weg Und es gibt immer wieder Kriege um Ressourcen Und äh die kommen immer näher Und wenn wir nicht Deswegen müssen wir Äh wenn wir nicht in die Wand der Klimakatastrophe wollen Müssen wir Ja handeln Und äh wir Menschen als Behinderung sind besonders betroffen Wir haben es im Achtal gesehen bei dieser Flutkatastrophe Da sind Menschen in einem Heim ertrunken Weil keiner da war um sie zu retten Das heißt Katastrophenschutzpläne sind auch nicht für Menschen mit Behinderung ausgelegt Und erst recht haben sind wir betroffen und haben wir Interesse daran ja für das Klima zu kämpfen Wir Menschen als äh wir Menschen mit Behinderung Auf diese Frage Inwiefern sind Menschen mit Behinderung nochmal Von den Auswirkungen der Klimakrise besonders betroffen? Menschen mit Behinderung sind sehr von der Klimakrise betroffen Weil ähm Die Auswirkungen Äh auf das Klima für sie äh schwierig Also wie ist das Wie geht man mit Hitze vor Wie geht man ähm Mit Wetterextremen vor Manche Erkrankungen lassen das nicht so gut zu Und wenn ähm Es eine Katastrophe gibt äh Gibt keinerlei Katastrophenpläne Die richtig für Menschen mit Behinderung ähm Ausgelegt sind Dass es auch funktioniert Wir haben es im Achtal äh gesehen Ähm eben vor Zwei Jahren äh Äh dass ähm Ja Menschen in einem Heim ertrunken sind Keiner war da um sie zu retten Weil Wir bei der Heimpolitik so einen Schlüssel haben Dass es zu wenige ähm Zu wenig Personal nachts Zum Beispiel gibt Wie soll eine Evakuierung stattfinden Wenn du Nur zwei Mitarbeiter für 40 Leute hast Zum Beispiel Ähm Also es gibt sehr viele Probleme Also wir Eigentlich bei den Auswirkungen Der Klimakatastrophe Sind wir der Sind wir äh Unter den Opfern Ähm Sind Menschen mit Behinderung Viel äh Gefährdeter einfach Da geht mangelnde Inklusion Und Klimagefährdung Quasi Hand in Hand Wenn man Diese schrecklichen Beispiele hört Ja Wir brauchen Inklusion Wir brauchen Barrierefreiheit Auch um Gegen die Auswirkungen der Klimakatastrophe Ähm Ja Ankämpfen zu können Ja Auch wenn nicht jeder oder jede Für das Klima Die Bäume hoch geht Können wir alle Einen Beitrag leisten Um die Situation zu ändern Wichtig ist auch Dass sich die Klimaschutzbewegung Für Menschen mit Behinderungen öffnet Denn auch sie wollen sich engagieren Auch sind Menschen mit Behinderungen Im besonderen Maße von den Auswirkungen Des Klimawandels betroffen Das war unsere Sendung Mit der Klimaaktivistin Sessile Compt Wir bedanken uns bei ihr Für die interessanten Einblicke Alle Informationen zu dieser Sendung Finden Sie wie immer Auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgerollt.at Es verabschiedet sich Ihr Redaktionsteam Katharina Müllebner Markus Ladstädter Und Martin Ladstädter Barrierefrei-aufgerollt Kurz, kompakt und leicht verständlich